So, willkommen zurück zu Let's Play Okamiden. Wir haben gerade eine Pinseltechnik gefunden, weil Chibi gekläft hat. So, das werden wir uns jetzt mal genau angucken. Wow, I didn't know you could make stars shine by barking. Okay, listen up, Chibi. Trace the outline of the dragon there. Do that right and you'll see something really cool. Okay. Jetzt nervt mich das Zeitlimit doch ein bisschen. Ah, ich schaff das. Alles gut. So. So. Ein Drache. Das ist das Bewegzeug. Ah, ein Seepädchen. Oder? Ja. Und das auch. Sind das Seepädchen? Ja, ne? Ja, das sind Seepädchen. Mhm. Oh, child of the great sun, we are the young... Oh, our parents served your mother, the great goddess Amaterasu. Sie sind die young Yomigami. Und so we too desire to deserve you. We too siblings offer unto you our undying devotion. And the power of the rejuvenation that we have inherited. Die sprechen schwereres Englisch, glaube ich. Glitzerglitzerleucht. Und ein Künseltechnik. The rejuvenation brush technique can fix damaged items, but you'll need to be spot on when drawing. Okay, time to put your skills to the test. Trace the outline of Konohana, just like I did. That will activate rejuvenation and should restore the tree to its former glory. Oh, na toll. So wenig Zeit. Komm. So. Ist hier was? Ja. Sehr schön. Und der Baum ist wieder heile und Sakuya ist auch wieder da. Wie schön. Thank you, Chibi Terasu. But without the flowers in bloom, I cannot aid you. Well, Chibi, I can't help you and Miss Sakuya is out of the question. Looks like we're gonna have to find you a new partner. Oh. Eigentlich hab ich da auch keine Lust drauf. Ist und soll mitkommen. I suppose I could help you with that. I need a break from being a celestial envoy anyway. I'll stay with you until we find you a sweet little partner, okay? Okay. His fate is in your hands, little one. Don't worry. You can always count on me. You know, Chibi, Emi had the power to make a Konohana explode into full bloom. So I'm betting you can learn that technique, too. Oh, jo. Then, once you get it, we'll come back here and heal Miss Sakuya right up. That's the plan, got it? Oof. Also, yeah. Well, what are you waiting for? Time to find you a new partner. Let's try asking around in the village. There just might be someone who can help you on your way. It's a place to start in any case. You got the rejuvenation and your rejuvenation tips scroll. Okay. Uh. Okay. Hier ist nichts mehr, oder? Ist ja noch was. Huh? We've just got a safe Miss Sakuya, but first we need to find you... Ja, okay. Gut. Das hatten wir schon. So, dann suchen wir jetzt mal nach dem kleinen Jungen. Der mich... Der uns wohl begleiten wird. Ich will es so trotzdem mitnehmen. Äh, what the heck is this? I don't remember there ever being a stage here. Well, whatever. We still gotta find you a partner. Das sind Hayabusa und Mushi. Okay. Ich laufe mal hier hoch. Das ist anscheinend die Zeit eingefroren oder so. Der letzte, der sich gleich noch bewegen kann, ist es dann bestimmt. Das ist Masterpiece Part 1 Obtained. Piece of one of Isons Masterpieces. Okay. Was ist das bloß? Ähm, wo war ich das? Ist das hier? Nein. Nicht wirklich. Okay. Da gibt es also anscheinend eine gewünsste Anzahl von... Also ist das wohl jetzt... Das ersetzt jetzt wahrscheinlich so die Perlen, die es in Okami gab, die man alle suchen musste. Was so ein Krampf war. So. Ich hasse die Kamera. Ich hasse es, irgendwo hinzulaufen, wo ich es nicht sehen kann. Das wird in den Dungeons später noch lustig. Ich hoffe, da kann man dann drehen. Im Gegensatz zu hier. Hier wird man ja für gewöhnlich nicht allzu häufig angegriffen. So. So. Da sind jetzt alle die Leute wieder in ihren Häusern. Äh. Nein. Gibt's ja nicht. Langsam kann ich wenigstens mit der Steuerung allmählich umgehen, glaube ich. Also ich treffe schon häufiger mal den Hauseingang, ohne voll gegen die Wand zu rennen. What do I do? Oops. Ähm. Alles und anscheinend Hier ist ein anderer Das sieht so richtig aus, als ob sie Carbon-Copies sind Das ist cushy Du Genie ist so Und das sind ja auch die richtigen Menschen Die sind zu stein erstarrt Oder so So Das Muss man nach dem Hmm, nope, can't get this one too much either Everyone was moving around Normally just a few minutes ago First the sky and now this Something is rotten and chemically Wait a minute, what if the whole world is like this now I think we should go check out Shinshu Feld Okay Dann Gucken wir uns jetzt mal das Shinshu Feld an Da steht auf jeden Fall auch Mr. Mandarin Ach ja So, jetzt müsste man hier natürlich erstmal Menschen finden Was ist genauso dunkel wie in Kamiki Look at that Chibi This area has become one big cursed zone And by cursed I mean it's been tainted by evil Stop the press I just remembered the last time I saw one of these Hurry We gotta get out that place in Kamiki Where you can get a good view of things Okay Das wird wohl die Aussichtsplattform da sein Gut Und wir laufen Wir laufen Wir laufen Wir laufen Der Hund springt immer so Oder Wie so ein kleiner Hase irgendwie So in Zeitlupe Ich glaub nicht, dass das in meinem Spiel liegt Egal So Wir Rennen da jetzt hoch Und die Aussichtsplattform ist jetzt hier rechts Und von dort aus Werden wir dann Wahrscheinlich irgendwas Interessantes Warte mal Hm? Ah Genau Wollte grad sagen Irgendwie war das Hat mich die Karte gerade verwirrt Ich weiß auch nicht So Ich muss hier rumlaufen Genau So war das auch So Dort ist die Aussichtsplattform Wir sind jetzt jeden Moment bei der Aussichtsplattform angekommen Genauso wie wir jetzt bei Schon bei 13 Minuten Zeit angekommen sind Und deshalb Sage ich jetzt Bis nächstes Mal von Zuhause Schoß Frau B eine B Ein B B B Vielen Dank.